Du fängst doch an damit. Ja, aber das ist so ein Trigger für dich oder so, glaube ich. Ja, ich mach das nur, weil du das machst. Ja, das ist ja das Problem. Ja, mach's nicht. Ich mach's nicht mehr. Aber du hast das doch gerade sogar von alleine gemacht. Hä? Siehst du, Hugo, wir müssen das in den Griff bekommen. Wir machen jetzt so eine Therapie, okay? Nee, du musst das einfach unterdrücken, wenn ich das mache. Ja, okay. Okay. Was? Alles oder was? Ja. Alle deine Zwangsstörungen, die müssen wir rausbekommen aus dir. Ja, okay. Okay. Ja, okay. Okay. Vielen Dank.